Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Super Meat Boy Wo ich mich nochmal an den Level 4 und 6 versuche Ich habe einige Zeit ins Land ziehen lassen, so im Motto und will es jetzt deswegen nochmal versuchen Achja, natürlich sollte man auch wissen, wie die Level aufgebaut waren Ich habe nur ein kleines Problem Hinter meinem Monitor leuchtet das Licht rein So, ich hätte erstmal Fenster zugemacht So, und schon sehe ich auch ein bisschen mehr vom Spielgeschehen Ne, das Problem ist Die Sonne steht gerade So in dem Bereich, wo halt Ja, wo ich halt geblendet werde Ist das nicht blendend? Oh Gott Schon für diesen schlechten Watchwits Schon für diesen schlechten Watchwits Okay Ich muss erstmal wieder das Rhythmus Das Rhythmus allein schon Den Rhythmus herausfinden Indem ich springen Muss Da konnte ich mich gerade gar nicht mehr bewegen Warum auch immer Ach komm Notfalls schneide ich euch den finalen Versuch einfach zurecht Das heißt, dieser Part wird sowieso etwas länger dauern wahrscheinlich Weil wenn ich die zwei Level ja nachhole Werde ich die zwei Level auch zurecht schneiden Deswegen werde ich ein bisschen ruhiger agieren hier auch BZW Ich werde halt Stellen wo ich komplett ruhig bin und Ungefähr fünf Minuten verschwende Einfach beschleunigen Das heißt, doppelt oder dreifache Geschwindigkeit halt Doppelt oder dreifache Geschwindigkeit halt Ach komm schon Ach komm schon Ich entschuldige mich auch für Störgeräusche wie LKWs und Motorräder jetzt schon mal Aber wie ihr wisst, ich wohne leider Gottes an der Hauptstraße Manchmal vergleichbar wie eine Autobahn Ganz gefühlt Nein Wir können nicht in ein Haus ziehen was nicht an der Hauptstraße liegt Das wäre ja furchtbar Na gut Ich sollte mich nicht beschweren Entschuldigung Ne, weil vorhin ist hier eine Motorrad Bande oder wie man es nennen möchte Auf jeden Fall sehr viele Motorräder vorbeigefahren Und mir brummt ganz leicht der Schädel Na ganz leicht ist noch nicht ausgedrückt So 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 Alter, vor allen Dingen regt mich auch sowas auf, wenn ich zurück möchte. Okay, ich brauche nichts mehr zu sagen. Wie später die Leertaste erst erkannt hat. Und ja, ich spiele weiterhin mit Tastatur, weil ich sehe es nicht ein, hierfür auf Controller umzusteigen. Da müsste ich erst komplett auf die Steuerung klarkommen. Und das dauert immer bei mir zu lange. Ja. Ah. Okay, es werden nur die Level 4 und 6, weil ich merke jetzt schon, dass es wahrscheinlich sehr lange dauern wird und ich möchte euch hier nicht auch noch langweilen mit dem Let's Play, weil ich quasi stundenlang hier dran sitze und hoffe und warte bis es mal hinten haut. Ein Stück weit rechts schwebt. Hätte beinahe geklappt. Und wie gesagt, ich entschuldige mich jetzt im Voraus nochmal erneut für alle LKWs oder sonstige Sachen, die euch eventuell stören könnten. Aber ohne Fenster offen bin ich einfach nur ein Slarius, der wie Hölle schwitzt. Und dann auch keinen Bock mehr auf irgendwas hat. Zentimeter zu weit. Das war viel zu hoch. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich zähle gar nicht mit, aber es war viel zu viele Anläufe gebraucht. Es ist machbar, aber es ist schwer. So. Wie gesagt, ich schneide das mir ein bisschen zurecht, falls es doch zu lange wird, der Part. Deswegen freut und beruhigt euch schon mal. Ah, das war das Level. Ah, das war das Level. Und jetzt. Ok. Und jetzt, weinen. Okay. Ach, 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 ach. Auch das lachen. Okay. 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 Weinen guten Morgen. Vielen Dank. Da bin ich einfach weggeschwoben oder geschwebt, keine Ahnung, wie man es aussprechen möchte. Das hier ist ja noch ein bisschen einfacher als dieses ganze mit diesem Abstoßgedöns Geschichte. Aber dennoch ist es auch schwer, denn hier rutscht man ziemlich schnell mal ab. Und vor allem, wenn man nicht das richtige Timing-Gefühl am Tag legt. Na gut, so geht es natürlich auch. Achtung, ich schaffe das noch. Was? Ich war doch mehr als zu der anderen Richtung geneigt. Hallo, ich bin Meat Boy. Ich springe nicht, wenn jemand Leertaste drückt, weil die Leertaste ist für mich nicht vorhanden. Naja Schatz, warum ist er da jetzt gerade mal nicht abgesprungen? Ich tracke viel zu viel an den Stellen. Alter! Okay, wie gesagt, ich spule im Fighter-Fälle sogar mal vor. Beziehungsweise schneide die richtig hart fehlerhaften, was man fehlerhaft nennen kann, raus. Ich weiß nicht, ob der letzte Knopf anbleibt oder ob man da auch schnell sein muss. Alter, Meat Boy! Zweiter Knopf auch immer abspringen. So, jetzt warte ich hier mal und guck. Fünf, sechs, sieben. Okay, da brauche ich echt perfekte Sprünge. So perfekt nun auch wieder nicht, dass ich durch eine Lücke falle. Das war jetzt nicht damit gemeint mit perfekt. Okay, warum ist er jetzt da an den Kanten nicht angedischt, wo ich hin wollte? Oh nein, der Hinterkopf juckt. Gemeint gerade. Gemeint. Jetzt muss ich kurz... Aha! Das ist unfair. Nicht Hinterkopf jucken. Frechheit. So. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen gefährlich. Was ich jetzt gerade versucht habe, dieses in allerletzten Sekunde an der Ecke anditschen. Was mich hätte retten können. Mann. Oh Gott. Meat Boy. Lern es mal. Ich drück immer die verdammte Leertaste. Nur weil du mal nicht Lust hast, die zu erkennen, heißt das noch lange nicht, dass ich sie nicht drücke. Okay, da habe ich jetzt zu sehr gestruggelt in der Luft. Wie man es auch gesehen hat, glaube ich. Boah! Wie mein Gehirn manchmal schon vermittelt, da ich schon auf der anderen Hälfte bin. Hey, ich bin Meat Boy und ich akzeptiere wieder mal die Leertaste manchmal nicht. Ha! Entschuldigung, ich muss das einfach machen, um ein bisschen entspannter zu spielen. Sag mal, was für ein... Drecks... Boah! Ganz ohne Spaß mal. Na, komm. Dab, dab, dab. Dab. Ich muss erst mal diese... Sprungstellen wissen, wo und wann ich da springen muss. Oder muss ich da einfach nur recht knapp an die Kanten anspringen? Ohne gegen den da oben zu stoßen. Wahrscheinlich ist das auch schon der Hinweis, dass der da einfach nur blockieren soll. Das heißt, ich muss so knapp wie möglich alles hier passieren. Das heißt nicht, dass du runterfallen darfst. Ach Gott! Was? 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 Wie er schon wieder die Leertaste einfach nicht angenommen hat. BZW ignoriert hat. Ey, ich bin Meetboy. Ich rutsche mal einfach an der Wand weit runter. Obwohl mir der Spieler gesagt hat, ich soll eigentlich an der Wand hinspringen. Na gut. Das funktioniert auch nicht. Das funktioniert auch nicht. Das funktioniert auch nicht. Okay, ich merke gerade, ich komme gar nicht von der Stelle aus hoch genug. Hallo, ich bin Meat Boy. Ich springe immer nur dann, wenn ich es will. Und nicht, wenn der Spieler auf die Leertaste drückt. Hallo? Knopf ignoriert. Oh Gott! Und da hat er zweimal die Leertaste drückt. Erst mal oben und dann auch unten. Ach, weißt du was? Kannst mich mal. Ey! Jetzt aber. Nein! So close. Ah, noch ein Stück höher muss ich. Okay. Okay. wenn ich da oben bin dann muss ich halt wirklich noch mal zurück um diesen wandsprung ausüben weil ich muss mit dem wandsprung abspringen und da rein fliegen da ich eine sekunde tiefer sein müssen aber jetzt kann wieder keiner sagen dass ich nicht die level wirklich mal nachholen wurde er immer behauptet dass ich sowas dann einfach links liegen lasse ich werde zum beispiel militant werde ich auch noch nachholen leute bevor jetzt jemand da wieder ankommt von wegen zu sagen wo bleibt denn das du hast das ja noch gar nicht fertig ich weiß es wieder sehr lange her wo ich angefangen bzw weiter gespielt habe aber ich brauche auch mal wieder diese minimale pause echt jetzt wie noch mal zurück gesprungen gewollterweise alter aa Von Timing her zu knapp gewesen, eben ganz kurz. Zentimeter zu niedrig, das gibt es doch nicht. Klar, wahrscheinlich wäre ich da jetzt hoch genug gewesen, um von Stahlpfeile abzuhüpfen. Exakt in die Lücke rein, ich sag's doch. Entschuldigung, falls jetzt der Part extrem lang geworden ist. Ich guck gleich mal nach übrigens. Aber alter, warum hat der eine da so lange gestanden, frage ich mich gerade. Keine Ahnung. In zwölf Sekunden. Es kann so einfach sein. So, ich guck jetzt mal eben nach, wie lange ich jetzt für die beiden Level gebraucht habe. Joa, 26 Minuten. Wisst ihr was, dann kriegst du jetzt doch in der vollen Trönung. Vom Wegenschneiden. Ja, würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge auf jeden Fall. Also, mit den Folgen, die jetzt kommen, meine ich. Weil mit der Folge hattet ihr ja wahrscheinlich Spaß, weil ich, ja, manchmal kurz vorm Explodieren war. Aber, somit habe ich Level 4 und Level 6 jetzt abgeschlossen. Ich weiß, es war nicht in chronologischer Reihenfolge jetzt somit. Aber, immerhin habe ich's gepackt. Aber, wie ihr seht, man braucht ja 17 Level, um überhaupt den Boss erstmal freizuschalten. So, dass man ihn spielen darf. Und deswegen darf ich diese ganzen Level hier noch alle spielen. Von daher wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Projekt. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao.